Die Herzogin ließ es sich angelegen sein, das hohe und heimliche Gericht, das Agnes aburteilen sollte, mit feierlichem Pomp auszustatten. Drei Gemächer ringsum waren von Gewaffneten bewacht, damit die Heimlichkeit des Gerichts gewahrt sei. Die neuen Herren saßen schweigsam, dunkel, Margarete selber prunkte schwer in den Insignien der Herrschaft. Agnes trug ein schlichtes, laxrotes Kleid, das für einen Empfang eine kleinere Festlichkeit geeignet war. Ihr Gehabe war leicht, sicher, sie war überzeugt, dass die Maultasche nicht wagen werde, sie anzutasten, dass der umständliche, feierliche Apparat des Gerichts nur dazu bestimmt sei, sie ängstlich zu machen. Dies alles geschah nur, damit sie, die Schöne, sich klein erweise vor der hässlichen. Nein, sie war durchaus nicht gewillt, der Maultasch diesen Gefallen zu tun. Der Pfarrer von Tirol, der als Protokollführer fungierte, verlas die Anklage. Die Gräfin von Flavon Taufers sei von jeher bestrebt gewesen, auf Meinhardt in verderblichem, dem Lande Tirol schädlichem Sinn einzuwirken. Als der junge Fürst im Begriff war, Tirol zu betreten, sich ihrem Einfluss zu entziehen und als das Einvernehmen mit seinem getreuen und wohlmeinenden Untertan ihre Pläne vereiteln drohte, habe sie sich mit Gewalt seiner zu bemächtigen versucht, über welchem Versuch der Herzog zu Tode gekommen sei. Agnes sagte, sie wundere sich, wie weise und hochmögende Herren einfache und klare Tatbestände so schlimm missdeuten könnten. Ja, sie sei mit dem jungen Fürsten in gutem, herzlichem Einverständnis gewesen, wie auch sein Vater sie seiner Freundschaft und seines Vertrauens gewürdigt habe. Sie habe nach ihrem geringen weiblichen Verstand zuweilen den oder jenen Ratschlag erteilt, nach bestem Gewissen, als gute Untertanin und Christin, dem Fürsten und seinen Ländern zu Nutz und Mehrung. Als der Herzog nach Tirol reiste, habe sie ihm, da unerwartet Herzog Stephan seine baldige Ankunft in München melden ließ, reitende Boten nachgeschickt mit einem Brief, das unter solchen Umständen seine Rückkehr nach München ratsam sei. Leider hätten ihre Boten den Herzog nur mehr tot vorgefunden. Dies alles sei klar und unzweideutig. Sie sei eine große Sünderin, schloss sie lächelnd, aber in ihren Beziehungen zu Herzog Meinhardt sei nach ihrer demütigen weiblichen Einsicht kein Wort und keine leiseste Regung gewesen, die sie nicht ungescheut vor Gott und den Menschen bekennen dürfte. Sie gab diese Erklärung sitzend ab, leicht hin mit ihrer harten, schleierlosen Stimme. Jung, glatt, klar, vertrauensvoll saß sie in ihrem schlichten, lachsfarbenen Kleid vor den schweren, dunklen Richtern. Margarete sagte, sie habe in München die Gräfin von Flavon aufgefordert, sich nicht in die tirolischen Dinge zu mengen. Die Gräfin habe das verweigert. Agnes erwiderte, die Frau Herzogin habe sie missverstanden. Der Pfarrer von Tirol verlas eine eidliche Aussage, die Reiter der Gräfin hätten nach ihrer eigenen Bekundung Auftrag gehabt, den Herzog mit Gewalt nach München zurückzuführen. Alle schauten auf den Frauenberger, auf dem wohl dieses Zeugnis stehen musste. Er sah unbeteiligt vor sich hin. Agnes erklärte, die Aussage der Reiter, wenn sie wirklich erfolgt sei, sei pure Verleumdung. Der Frauenberger grinste. Die Herzogin saß da, steif, breit, ausladend. Schwarz stand das brokatene Kleid um sie herum. Golden prunkten die Insignien der Macht. In ein Schweigen hinein, unvermutet, ohne Agnes oder irgendwen anzuschauen, tat sie den Mund auf und sprach. Mit gleichförmiger Stimme sagte sie alles heraus, mit nackten, schmucklosen Worten. Wo sie für das Land in den Bergen gewirkt habe, an der Edge und am Inn, von den Welschenseen bis zur Isar, überall sei diese Gräfin von Flavan gewesen und habe gehindert und dagegengewirkt. Sie sprach langsam und sie hob die Stimme nicht. Sie sprach von den Städten und von ihren Maßnahmen und wie diese Gräfin von Flavan sich dagegen gestemmt habe. Sie sprach von ihren Finanzverordnungen und wie diese Gräfin von Flavan den Welschen Bankier, den Messer Arthese, wieder in die Berge gerufen habe, den sie vertrieben. Sie sprach von der tirolischen Autonomie und wie diese Gräfin von Flavan dem Land immer wieder den Bayern in den Pelz gesetzt habe, den Blutsauger. Sie sprach von der Arthusrunde, von Ingolstadt und Landshut. Langsam aus ihrem wüstenbreiten Mund holte sie nackte, sachliche Worte. Sie fielen gleichmäßig, monoton. Wie schwerer Sand rieselten sie, unhemmbar. Sie begruben die feine, leuchtende Agnes, dass sie farblos dasaß und erbärmlich und ohne Schwung. Es war ganz still, als die Herzogin zu Ende war. Man hörte die Scheiter im Kamin knistern. Die Herren hockten da, trist und grau und gebeugt. Agnes sagte, sie habe nie Einfluss gesucht. Sie habe gesprochen, wenn man sie gefragt habe, und da nur zögernd. Sie habe nie jemandem einen Rad aufgedrängt. Sie merkte, dass ihre Worte zu Boden fielen und keinen überzeugten. Da erhob sie sich. Sie stand da, heiter, frei, leicht, stolz. Sie sah die Herren an, einen um den anderen, und sie sagte, wenn sie eine Sünde begangen habe, dann nur die, dass sie auf der Welt sei. So habe Gott sie geschaffen. Solange sie sich nicht auslösche, könne sie nicht hindern, dass man den Kopf nach ihr wende und an ihr gefallen finde. Alle schauten sie an. Selbst der rasche Federkiel des Pfarrers von Tirol hörte zu kritzeln auf. Mit seinen müden, grauen Augen schaute Schenner sie auf und ab. Angestrengt starrte ihr der hagere, rechtliche Egon von Tübingen in die tiefen, blauen Augen. Der biedere, gutmütige Berchtoll von Guffidaun schnaufte, seufzte, aus seinen rötlichen Augen blinzelte der Frauenberger. Diese ihre Worte, das spürte Agnes, waren nicht zu Boden gefallen. Sie hatte einen Teil ihres Wesens herausgeholt, hochgehoben, mit beiden Händen, den Männern hingehalten, stolz vor der Feindin. Da, seht her, so bin ich. Sie genoss ihre Wirkung, atmete und genoss. Da sah sie, daß auch die Maultasch sie anschaute. Die blauen Augen der Schönen tauchten tief in die braunen der Häßlichen. Und Agnes sah, daß Margarete lächelte. Ja, ein kleines Lächeln zerschnitt das grellweiß geschminkte Gesicht der Herzogin. Und es war nicht gekünstelt, es war echt. Da wußte Agnes, daß jene vorgesorgt hatte, daß ihr Triumph im Vorhinein vergiftet und daß sie verloren war. Sie begann plötzlich zu zittern. Sie verfahlte, ihre Glieder erschlafften und sie mußte sich setzen. In das Gemach der Verurteilten trat unangemeldet, überraschend, die Herzogin. Agnes hatte den Spruch sehr in Haltung hingenommen, frei und leicht. Sie hatte sich auch, als sie allein war, gesagt, die Maultasch werde nicht wagen, weiterzugehen. Aber dann hatte sie an das leise, tiefe Lächeln Margaretes gedacht und den Magen herauf war ihr wieder jenes peinliche, fröstelnde Gefühl gekrochen, das sie früher nie gekannt hatte. Jetzt, als die Herzogin kam, riß sie sich sogleich zusammen, erhob sich förmlich, nicht zu schnell und bat sie zu sitzen. Margarete sagte, Sie haben angedeutet, Gräfin, dass zwischen mir und ihnen noch ein anderes sei, als die Stränge der Fürstin gegen die Untertanen, die sich auflehnt und das Land schädigt. Begreifen Sie doch, dass ich gar nichts anderes sein kann, als die Fürstin, denn das beleidigte Land ist in mir, meine Regungen sind die des Landes. Sie sagte das leicht, selbstverständlich, überzeugend, mit großer Hoheit. Agnes hörte aufmerksam, höflich zu. Sie verstand nicht, was die Andere meinte. Sie verstand nur, ah, sie will etwas von mir. Sie will sich aussprechen mit mir, will sich rechtfertigen. Wie schwach muss ihre Position sein. Sie spürt, dass sie die Unterlegene ist. Sie will mich übertölpeln, nur nicht sich einfangen lassen, Nein sagen, was sie auch verspricht, Nein sagen. Margarete sah, dass die Andere sie nicht begriff. Sie versuchte es von einer neuen Seite. Müde, ein bisschen ungeduldig, doch versöhnlich, sagte sie, Sie haben Erfolge, Gräfin. Ich gönne sie Ihnen. Freuen Sie sich weiter daran. Mein Sinn und Ehrgeiz geht ganz woanders hin. Suchen Sie das doch zu glauben. Ich will die Gewehr haben, dass Sie Tirol nicht weiter schaden, sonst nichts. Bekennen Sie vor Zeugen und durch Ihre Unterschrift, dass Ihr Wirken meinem Land verderblich war. Schwören Sie auf das Evangelium, sich fernerhin jeder politischen Tätigkeit zu enthalten. Ich will dann das Todesurteil kassieren. Ihre Lehen fallen zurück an meine Verwaltung. Sie sind frei und verlassen mein Land. Da war sie, die Schlinge. Agnes höhnte innerlich. Nie wird sie es wagen, mich zu töten und für so dumm hält sie mich, dass sie sich ihre Feigheit von mir bezahlen lassen will. Sie sagte, Ein solches Dokument unterzeichnen kann ich nicht. Dass ich auf der Welt war, dass ich da war, das war wirklich meine ganze politische Tätigkeit. Sie können mich schwören lassen, was sie wollen. Sie können es nicht verhindern und ich kann es nicht, dass ein Mann, wenn er mich ansieht, nach meiner Ansicht handelt und nicht nach der ihren. Sie sah Margarete auf und ab, unverwandt. Ihre blauen Augen glitten über sie abschätzig, höhnisch, verhöhnten den Wüsten, effisch sich vorwulstenden Mund, die herabhängenden Backen, das in vielen Falten fallende, ungeheure Kinn, den plumpen, feisten Leib. Sie spähten sie aus, drangen durch die Schminke, betasteten spöttisch die spröde, warzige, bröckelnde Haut. Die Herzogin, tiefer geschlagen als je, bezwang nur mit Mühe ihre maßlose, verwirrte Erbitterung. Sie sagte, und ihr Hohn klang nicht echt, »Lassen Sie es meine Sorge sein, Gräfin, zu beurteilen, ob es nötig ist, sie auszulöschen. Ich glaube, Sie überschätzen sich. Mir genügt es, wenn Sie die verlangte Erklärung unterzeichnen.« Wie matt und ohne Schlagkraft diese Erwiderung war, sie spürte es selbst, und hoch genießend spürte es Agnes. Sie war jetzt ganz gewiß, nie wird jene wagen, den Spruch vollziehen zu lassen, ihr etwas einbekennen, ihr etwas zugestehen, dass sie eine Narin wäre. »Es tut mir aufrichtig leid, ihren Wunsch nicht erfüllen zu können,« sagte sie den konventionellen Ton, unsüßen, spitzbübischen Bedauerns, ganz auskostend. Die Herzogin erhob sich, in ihr stand fest, austilgen die Person. Das Land verlangt es, Gott will es, aus dem Licht muss sie, von der Erde weg muss sie. Die Luft war verpestet, der Boden brannte, solange sie atmete und schritt. Schwer schleifte sie sich zum Ausgang, ein krankes, getroffenes, hässliches, trauriges Tier. Leicht und höflich geleitete sie Agnes. Die Minister baten Margarete dringend, sie möge die Gräfin begnadigen. Nach diesem Prozess werde sie sich hüten, weiter gegen Tirol zu interagieren. Unter keinen Umständen dürfe die Herzogin jetzt etwas gegen Agnes unternehmen, solange die Tiroler Dinge so wenig konsolidiert seien. Auch verhinderten die Minister, dass von der ganzen Angelegenheit, Gefangennahme, Prozess, Verurteilung, das leiseste Gerücht ins Land drang. Schenner stellte Margarete vor, dass das Volk niemals Schlechtes von Agnes glauben werde, dass sie allen nur denkbaren, fanatischen Hass gegen sich heraufbeschweren werde, tastte sie Agnes an. Kein Spruch und keine Kundgebung des Ministeriums werde verhindern, dass man von Mord und Blutschuld faseln werde. Jede Wolke, jedes Gewitter, jede Viehseuche werde als Zeichen des Himmels gegen die Herzogin gedeutet werden. Dringlich mit seinen gescheiten grauen Augen bat er sie, beschwor er sie, sie möge nichts Rasches tun, alles hinausschieben, bis zumindest nach der Bestattung Meinhards. Sie sagte still, »Es geht nicht, Schenner. Der Streit muss ausgetragen sein, Schenner.« Der Frauenberger saß allein und soff. Es war Nacht. Im Winkel lag sein Bursche, schnarchte. Er stieß ihn mit dem Fuß, hieß ihn das Feuer schüren und gab ihm dann Wein. Pfiff sang vor sich hin und überlegte scharf. Logik, Logik. Behielt Margarete ihren Willen, wurde Agnes als Hochverräterin gebranntmarkt oder gar hingerichtet. Dann gab es Revolution und es war sehr fraglich, ob, wie die Dinge jetzt standen, das Regiment der Barone sich halten ließ. Tat man der Maultasch nicht den Willen, dann wird sie zäh und zäh, wie sie war, immer wieder darauf zurückkommen. Man wird das Erreichte nie in Ruhe genießen können. Was war also zu tun? Logik, Logik. Er dachte nach. Er soff, er dachte nach. Er erhellte sich, grinste, gab dem Burschen zu trinken, quäkte und schlief. Ging andern Tags zu Agnes, fand sie sehr aufgeräumt, froh über sein Kommen. Sie sagte, sie könne sich jetzt nicht mehr über Langeweile beklagen, Besuch wenigstens habe sie zur Genüge. Heute ihn, gestern die Maultasch. Ja, log er. Margarete hatte ihm natürlich nichts gesagt. Er habe gehört, die Damen hätten sich so gut verstanden. Sie schaute ihn leicht misstrauisch an. Er blinzelte, begann sich über Margarete lustig zu machen. Er hatte süßen Schnaps mitgebracht. Sie trank. Sie lag in den Polstern, ihre weiße, feine Kehle stieg und senkte sich vor Lachen. Er machte ihr den Hof. Sie fühlte sich vergnügt und beschwingt. Der Schnaps, den er ihr mitgebracht hatte, war wirklich von besonderer Art und stieg rasch zu Kopf. Er hatte sie überlistet, der Frauenberger. Ja, ihr den Meinhardt vor der Nase wegeskamutiert. Aber sie hätte diese Niederlage nicht missen mögen. Er war ein Mann, der Einzige, der ihr imponierte. Sie lag in den Polstern, angenehmer schöpft. Wie niedrig die Zimmer waren in Schloss Tirol. Die Decke kam herab, immer tiefer. Stemm die Zimmerdecke hoch, Konrad. Man, man erstickt ja. Sie, sie erdrückt einen, ja. Sie lachte unmäßig. Oder war das ein Röcheln? Der Frauenberger blinzelte herüber, wartete, beobachtete sachverständig, sah kopfnickend, wie sie sich auf die Seite wälzte, wieder auf den Rücken, wie sie lachte, schnappte, röchelte, sich verzerrte, mit den Armen um Luft ruderte und seitwärts vom Polster glitt. Langsam dann rief er ihre Frauen, benachrichtigte die anderen Herren des Kabinetts, der Zwist mit der Herzogin um die Begnadigung der Gräfin von Flavan sei gegenstandslos, da die Gräfin wohl infolge der Aufregung soeben an einem Schlaganfall verschieden sei. Margarete, als sie von dem Ton der Agnes hörte, spürte eine dumpfe, lähmende Leere. Sie war angefüllt gewesen mit dem Gedanken, Agnes, und jetzt wich das alles aus ihr, zurück blieb eine leere Hülle. Langsam aus allen Winkeln holte sie Fetzen von Besinnung. Hätte sie sich nicht eigentlich frei fühlen müssen, leicht, schwebend, beglückt, nun die Verderberin tot und aus dem Weg und das Land nicht mehr gefährdet? Nichts von dem. Mehr und mehr schwoll eine dumpfe, sinnlose Wut in ihr hoch. Sie hatte die Feindin unterworfen sehen wollen, feierlich zum Tod geführt, hätte sie bekennen sollen, besiegt bin ich, ein kleines, lächerliches, verworfenes Stück Mensch bin ich, und du bist die Fürstin, die Hohe, die Unerreichbare, von Gott erwählte. Ihr Tod war nicht wichtig, aber dies Einbekenntnis war wichtig, und jetzt hatte man sie höhnisch und frech um Hass, Rache und Sieg betrogen, hat ihr die Verhasste vor der Nase weggeflüchtet an ein Ufer, an das sie nie gelangen konnte. Jämmerlich, roh, plump, beschwindelt stand sie da, und jene war davon, emporgeflogen, leicht, lächelnd, unbesiegt. Margarete tobte. Wozu, jetzt hatte sie all diese Opfer gebracht? Hingeschmissen das Land, hingeschmissen das Werk der Väter und ihr eigenes, schmählich sich geduckter Habgier und der Frechheit der wölfischen Barone, und jene davon, höhnisch lächelnd, mit unflätigen Schimpfworten übergoss sie den Frauenberger. Der feiste Mann stand breit, gelassen, unberührt, an seinem nackten, rosigen Gesicht prallten die Flüche ab wie Wasserspritzer. Sie berief den Ministerrat, kaum sich zügelnd, die sonst so beherrschte Stimme heiser, ungleichmäßig aussetzend, verlangte sie sofort, müsse Prozess und Urteil publiziert, die Tote infam eingescharrt werden, geschehe das nicht, werde man diesem plötzlichen Tod ihr zur Last legen. Einhellig mit allen Kräften widersetzten sich die Minister. Die meisten glaubten, wie das Land, Margarete sei wirklich schuld an diesem dunklen und unwahrscheinlichen Tod. Sie waren ehrlich empört über die frivole, gottlose Forderung der Herzogin, den Meuchelmord an der verhassten Nebenbuhlerin jetzt als gerechte, patriotische Tat hinzustellen. Ja, sie fanden die eigenen Erpressungen an der Maultasch durch dieses Verhalten hinterher moralisch in jeder Weise gerechtfertigt. Es zeigte sich klar, dass man sich gegen diese maßlose und verbrecherische Frau nicht Sicherungen genug schaffen konnte. Im Übrigen waren sie sehr erleichtert durch die jähe Lösung des Konflikts und nicht gewillt, die Dinge durch was auch immer neu verwirren zu lassen. Quäkend, unverhohlen, schneidend, klar fasste der Frauenberger ihre Meinung zusammen. Was denn die Frau Herzogin wolle? Gott habe die Bestrafung des Verbrechens in seine Hand genommen. Nun sei die Verderberin tot aus dem Weg geräumt. Mehr habe doch die Fürstin nicht gewollt und nicht wollen können. Es sei unchristlich, über den Tod hinaus zu hassen. Es sei dem Volk kaum zu verdenken, wenn es in solchem Falle losbreche. Der von Matsch führte aus, ja, natürlich erlaube sich das Volk unerbietige Reden gegen die Herzogin. Es sei auch nach seinen Informationen da und dort infolge des Todes der Gräfin zu Demonstrationen gekommen. Aber da sie, die Minister, geschlossen hinter der Fürstin stünden, werde man mit solchen kleinen Revolten leicht fertig werden. Schon seien mehrere Demonstranten festgenommen, man werde sie öffentlich stolpen lassen, das werde den anderen den Mund stopfen. Infamiere man aber die Tote, dann werde die Empörung so allgemein sein, dass er für nichts einstehe. Der redliche Guffidaun, der nach langem Ringen zu der Überzeugung gekommen war, die Herzogin sei ihn nicht schuldig, brachte in mühsamer Rede seine Ansicht zutage. Die Verbrecherin sei tot, teurer als mit dem Leben könne von irdischen Richtern niemand seine Schuld bezahlen. Das Gedächtnis der Toten zu verunglimpfen, stehe einer so hohen und edlen Frau wie der Herzogin nicht an. Er setzte sich verlegen, er redete selten, alle pflichteten ihm bei. Die Herzogin sah auf Schenna, der kratzte mit seinen dürren Fingern nervös den Tisch und schwieg. Margarete beharrte. Mit fiebrischen, stammelnden, ungeordneten Worten erklärte sie immer wieder, sie gehe nicht ab, sie sei das ihrem Prestige schuldig, sie bestehe darauf. Doch die Minister blieben fest. Sie beriefen sich auf das Abkommen, sie zeigten die Zähne, erklärten, niemals würden sie die erforderliche Zustimmung zu Maßnahmen gegen die Tote geben. Margarete geiferte von Meuterei und Empörung. Die Minister erwiderten, sie nähmen diesen Vorwurf ruhig hin. Ihr Gewissen sage ihnen, ihr Widerstand geschehe im Interesse des Landes und der Herzogin selbst. Auch seien sie, wenn sie sich vor die Tote stellten, der Billigung der ganzen Christenheit gewiß. Margarete musste sich fügen. Sie wütete kraftlos, versagend. Die Minister, die Lumpenkerle, die Feiglinge, wie froh sie waren, ihren Spruch nicht vertreten zu müssen. Wie schamlos hatten sie sie übertöpelt, sie um das Land geprellt und sich dann mit übler Sophisterei dem Pakt entzogen. Lumpen, Gauner, Erpresser! Sie dachte daran, sich an das Ausland um Hilfe zu wenden. Aber die Wittelsbacher waren geschworene Anhänger der Agnes und der Habsburger war zu klug, um sich durch Maßnahmen gegen die Tote von vornherein unpopulär zu machen. Sie wagte einen äußersten hilflosen Versuch, die Tote zu besiegen. Sie setzte in letzter Stunde die Beerdigung Meinhards so an, dass sie zusammenfiel mit der Beerdigung der Agnes. Wer nach Taufers ging zu der Toten Agnes, musste der Bestattung des Landesfürsten fernbleiben. Trotzig, verzweifelnd, rief sie das Land an zu entscheiden zwischen ihr und der Toten. Schweigsam, vor sich hin trotzend, verwildert, saß sie auf Schloss Tirol, wartete, wer zu ihr kommen werde und wer zu Agnes. Im tiefsten Innern wußte sie so gut wie alle, dass Agnes sie durch ihren Tod besiegt hatte, dass der Kampf aus war, und die Tote durch keine Kraft und keine List mehr erreichbar.